hallo und willkommen zurück zu monster hunter 3 ja hier für euch wie immer rage kill und ich bin auf die sie so und wir starten einfach mal mit dem den sohn der sohn des chefs die haben sich wirklich möge mit den namen zu werden dass wir gestern nicht mal reden konnten ich spiele seit heute ich weiß nicht ob es da irgendwie zwei teile von teil 3 geht oder auch teil 2 und ach keine ich weiß nicht warum sie im grunde wirst du so ins wasser geworfen den hatten wir schon im letzten ja ich weiß ich bin juni ich bin december september dann muss brecht aber steht trotzdem posten ist mhm beschlebt war ist ja der stunde aufbauen dürfen ein Boccia Set? Boccia Set. Boccia, Boccia, wie auch immer. Na ja, Mario Bart. Schatz, kannst du mal in den Rücken einspielen, sonst kriege ich Sonderen. Frag doch deine Boccia Kumpels. Voll gut. Es ist noch ein Rücken. Nein, habe ich nicht. Vor allem roh. Warum rede ich nicht? So einfach könnte den abnötigen, was ein Zufall ist, ausgerichtet die Hunde. Echt mal. Hast du rotes Fleisch, ich kann gut grillen. Ach ok, also gut. Nö, meins. Ok, hier. Schnief, schnief. Ich habe nicht Ja gesagt. Ja, später ist gut. Nein, nein, nein. Ich muss später wieder reden. Ich hoffe es wird noch besser. Und jetzt die Lampie drehen. Und was machst du dann? Ich glaube ich werde zurück zum Lager laufen. Ich bin mir ziemlich sicher. Das ist echt geil, dass die gar nicht gesagt haben, was du machen solltest. Nö, ne. Du musstest die irgendwie versuchen zusammen zu reiben. Hallo. Ja, hatte ich vor. Weiß ich? Ja, ok. Oh ok. Kein Problem. Mach ich gerne. Aber erst mal wie ich wissen, was bei W ist. E, 3, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah. Was ist das? Was ist das? Holig. Oh. Oh, mehr Holig. Oh, mehr Holig. Ich will noch mehr Holig? Jetzt kommt so eine Killer Sumse, ey. Tschüssi. Viel mehr Holig. Oh, viermal ist noch mehr. Gut. Vier Holig. Haha. So und nicht andere Mäuschen. Ui. Ja. Was ist denn? Und wenn? Oh, noch muss ich sagen. Sie ist ersperrt. Und ich würde sagen, töte den größten. Oh, wie sieht das? Ich meine, die jetzt nicht ankommen, ne? Nächstes. Hey, stopp! Komm zurück! Ich weiß, dass gewick. Ich will das gleich noch nehmen. Äh, einfach wegstecken muss ich einen Messer. Lut, 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 Lut. Lut, Lut, Lut. Lut, 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 Lut. Lut, 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 Lut. Lut, 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 Lut. Cool ist das, wenn nicht verletzt werden, dass die dann nur rumpeln würden. Oder halt langsamer wegrennen. Wäre immerhin etwas her, das stimmt. Komm zurück. Lut, 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 Lut. ich werde wahrscheinlich einen ich spiele jetzt für ok wir gehen auch weiter vielleicht gucken kann auch die machen können oder so ist aus wie man speichert sind es alles weg normal ist der will gegen hier Du! Ich pack mich nicht. Haha. Schön aufgeweicht. Ich bin aufgeweicht, das würde ich sagen. Ich treffe nicht. Geht's mal. Immerhin werden sie sich jetzt. So. Okay. Drei noch Fleisch. Ich bin ja zwei mal lieb gekannt, weil die jeden Mann werden sogar sechs. Ja. Das ist richtig. Bei den kleinen wahrscheinlich nicht. Warum? Ich bin das vielleicht. Oh, da finde ich noch was an hier. Nö. Dann loot ich ihn jetzt. Kann ich nicht. Vielleicht weil das A durchgekreuzt ist mit so einem Arm. Genau. Aber nicht. Ne. Gleich direkt an mich. Was machen wir jetzt? Fack das Messer weg. Tritt zu. Und jetzt loot er nicht. Oh. Von umsonst. Egal. Ich wollte gar nicht looten. So. Weiter geht's jetzt. Hoffentlich mal. Nachdem ich einmal ganz kurz mein Stein benutzt habe. So, mein Schwerd nämlich wie man sieht beschädigt ist. So. Weiter geht's. Schön. Das heißt, ich muss gucken, dass ich irgendwie... Au. Dass ich irgendwie äh... Schleide oder sowas finde zum Wetzen. Ja. Geht's bestimmt in den Schaubs. Das darf zurückschreieren. Doch bis. Au. Entschuldigung. Das hätte man nicht mehr sehen müssen. Ja. Gefährst kann man schon nicht schlecht mehr. Ja. Wie der geht's, wa? Was gibst du mir? Soll ich das zu schnell drücken? Ich habe aus Versehen doppelgerückt. Das war mein Fehler. Entschuldigung. Waffen. Waffen schmieden. Schwerd. Ich brauche das hier. Ich brauche das natürlich noch was. Ich brauche das jetzt mal wieder, um. Ah, eisenerzt. Monsterknochen. Ok. Ambus. Bögen. Ok, das ist aber ziemlich viel, weil ich die brauche. Das. Noch eins. würde ich tun das stimmt hätte man die Materialien dafür was nimmt jemand okay ok sie hat irgendwer am Kopf sie macht mir Angst darf ich sie töten ok die Menge trägt sie nur auf Händen weil sie an ihre Webse wollen virtuelle Kampf-Szenen ja ich mein das ist ganz normal du bist du bist echt normal im Kopf bestimmt pack mein Doktor auch immer echt mal ja hör auf mit mir zu reden und gib mir einfach mal ein Schwert nein ich bin echt ein Kunde das was sich die leuchtenden Leute denken so ich brauche auf jeden Fall und rüstung als allererstes Ketten oder Leder ist Minus besser oder schlechter weiß nicht ich bin lederlos und kledert cool aus bestimmt habe ich jetzt ich möchte nicht nur aufrüsten ja ausrüst ja ja das ist schon besser Lederhose was ist dann her was das ist eine gute Frage obwohl ich habe eigentlich ein sehr gutes weiß nicht warum ich nicht ausrüsten kann also ich kaufe immer mehr Rüstung ähm Burst habe ich Hüfte Arm und hüfte dann auch noch kann ich noch kein so und sogar noch Kopf dann habe ich komplett Rüstung das ist mein guter Anfang wie ernst du bist du äh sieht schon besser aus ja auf jeden Fall so so eine Schöße gehe ich einfach mal von hier oben aus mit ihm ich glaube nicht getrunken äh äh ok wir brauchen viel Rohstoff mhm 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 die reden so viel okay die gilde gibt ja bevor das lager ist ja und wie vieler und wovon rohstoff ja ich immer zu sein der ist da ja hallo ich habe nicht zu wenig rede durch es ist eigentlich er wegen euch ich will es euch nicht anzunnen du möchtest einfach nur fördern dass die leute selber mal wieder lesen genau da haben wir es doch ich werde die spüren wo sie haben zum kampf aber es ist ein obvius mein ziel ist das ding zu tun ja oh mehr kohle hey ich weiß immer noch nicht wie ich tun das ist doch auch nichts sondern kann nur zwei zwei finger holen ok kochen 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 das bett schlafen speichern speichern und wow das ist ja mal ein schneller schlafen doch viel schneller mehr schafft brauche ich auch nicht ja 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 vor allem ja 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 ist es ist ich muss nur noch gucken irgendwie muss man bestimmt auf dem quest locker das ist nicht so ausrüstung und keine ausrüstung der aber wieder bombastisch wir machen aber weiter was er ging es noch acht genauen weitergehen jetzt will ich ist wieder. So. Hach. Oh, da hat er sich aber vergrößert. Jo. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Habe ich was nicht mitbekommen oder fehlt er die 4? Ja, Frage. Kommt noch. Vielleicht ist die 4 und einfach das Lager. War es gut möglich. Hm. Du bist Jäger, jagt dich. Nein, wirklich. So. So. Dann machen wir erstmal weiter. Und gehen auf die Jagd nach. Ja. Ja. Tiere würde ich sagen. Und? Hast du Kräuter gefunden? Ja. 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 Okay. Okay. Ja. So. Dann testen wir es nochmal. Der Grillspieß. Auf die Einsdrücken. Da ist ein... Grillspieß. Es ist noch roh. Es ist noch roh. Ja, dann. Brat es durch. Es ist noch roh. Warum wartet der so lange? Es ist noch roh. 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 Ja. Mehr werden wir noch gar nicht. Vom Steak. Es ist schon fast in der Hüfte doch. Nein. Nein. Was haben wir jetzt alles hier? Blutiges. Verkohltes. Verkohltes. Immer gut. Lecker. Verkohltes Fleisch essen. Wie ein Tier. Und der spuckt es auch noch aus. Es ist gutes Fleisch, man. Verkohltes. Erstmal. So. Was? 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 Das weiß ich auch selber. Was? Ah. Oh. Wenn du das sagst. Okay. 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 Hier ist kein Monster. Okay. Und zieht es mir erst. So. 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 Ach. Ich werde schon merken. Wenn ich einen in den Mund erfinde. Aber das liegt. Ne. Ist auch kein Monster. Dann. Er wollte ich von ganz. Aber zu siegen. Richtig. Wo es stark nach Wasser aussieht. Ich gehe zu sechs. So. Sieben. So. Da haben wir noch schon mal was. Dann. Zwei. Die Jägernotiz. Z. Und A. Nein. Erstmal muss ich glaube ich jetzt suchen. Dann. A. Dich. Registrieren. Macht er nicht. Ha. So. So. Immer nicht. Mal. 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 bitte auf rumzuspringen. Ich fliehe euch an. Haha. Ein Monster zugefügt. Geht doch. Mehr wollte ich doch gar nicht. Der ist nicht. Oh. Oh. Hallo. Das ist flink. Und tot. Da ist doch. Und tot. Und tot. Hallo. Werd doch stehen. Werd doch. Und tot. Werd doch. Was. Oh. 30 Rohstoffpunkte. Okay. Die Zeitpunkt zu bekommen. Plus. Und. Loot. 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 Kann ich nur? Nein. Nein. Ah. Wir haben die Pflanzen. Ich weiß es. Danke. Das weiß ich auch schon. Ich weiß es nicht. Unwärmlich. Nein. Es ist echt gut. Krauts. Heuern. Krauts. Ich habe hier. Wir haben hier ein Hauptspiel. ich mich gar nicht anlaufen sammler so und natürlich auch wenn ich treffe ich nicht lange größer genau verschwinden hat angst von mir ich bin hier doch gut treffen ja null probleme ohne probleme okay ich würde sagen wir müssen ja ich hoffe euch hat das display wenigstens ein bisschen gefallen weil wird ja momentan noch geredet aber ich hoffe man natürlich noch ändern und auch wenn der zeit was man auch denken und das war die große die große drachen und so weiter sieht natürlich das auch ja ich werde noch mal zum bett gehen noch mal speichern und dann hoffentlich sehen uns dann nächste woche wieder tschüss und auf wiedersehen